Das sind die neuen Corrupted Animatronics. Warum muss eigentlich immer ich die Nachtschicht machen? Wenigstens kann ich dabei coole Videos gucken. Oder auch nicht, das WLAN ist kaputt. Mist. Okay, mal sehen, was Foxy so macht. Corrupted Foxy? Alter, habt ihr den Haken gesehen? Wow. Alter, das sieht ja richtig... Wow. Foxy rennt los. Mach schnell die Tür zu. Oh, zu spät. Was machen wir jetzt? Einfach... Oh. Oh. Foxy hat Angst vor Bildern. Aber wir haben trotzdem eins gemacht.